Moin und den ganzen Schlittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Olympische Spiele Tokio 2020 Heute mit Christian, Brammen, Piedau meiner Wenigkeit Hallo Uff, 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 uff Wie ihr das in den Kommentaren vorgeschlagen habt Haben wir mal jetzt hier benutzerdefiniert ausgesucht Und zwar Basketball, Hammerwerfen, Beachvolleyball, Baseball und 200 Meter Lagen Was mein neuer Superheld, Achmann Wollen wir random machen? Da, A zufällig Aber ich bin nur im Chat Einfach A ist zufällig oder was? Ich hab A gedrückt Das ist genau dasselbe wie gerade Nee, diesmal sind wir nicht Team Deutschland, sondern Team Pro Wir sind Team Dornet Basketball haben wir noch gar nicht gespielt Ich hab Basketball, ja, ne, ja Ja, schwar in den Kommentaren Einer hat geschrieben So, ich warte darauf, dass endlich mal Basketball drankommt Mit 317 Daumen hoch, jetzt kommt Basketball dran Wir hätten es nie drannehmen sollen Aber immer sagen so Jo, voll geil, weil alle Spiele schon gespielt haben Basketball gibt es ja wirklich runtergebrochen Diese Street Basketball Games und alles Muss ich jetzt noch was bestätigen? Nee, 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 jetzt musst du erst dir die Steuerung angucken Da soweit bin ich noch nicht Schnell bestätigen Also ich fand immer bei den 2K-Spielen war ich immer komplett überfordert von der Steuerung Ja, da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen Ich glaub, das wird hier einfacher Als FIFA Wieso kann ich mir immer noch nicht... Ach, jetzt kann ich mir die Steuerung Okay 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 Passen mit A Okay X werfen Boah, aber gedrückt halten und im richtigen Moment loslassen, um den Ball zu haben Wenn der, wenn der gerade ganz oben ist Aber wahrscheinlich leuchtet dann der Spieler auch Okay Noch mal Y R, 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 R Okay Äh, ja, was weiß denn ich? Schubert! Das ist die Größte! Schubert und Schulz Ich hoffe, ihr seid nicht nur 1,60 groß Boah, könnt ihr eine Aufstellung machen? Es gibt sogar einen Hakenwurf und einen Fadeaway und passt über mittlere Distanz, Junge Es gibt Fadeaway? Wo ist der? Links nach unten plus X oder B Fadeaway, ich kann ja meine Facecam ausmachen Fadeaway ist nach hinten fallen, so hat Jordan früher gewonnen Gibt auch einen Pumpfake, ich hab keine Ahnung, was das alles bedeutet Ich bekomm dann immer von Pass auf, Peter, Pumpfake heißt, du tust so, als würdest du werfen Dein Gegenspieler springt, aber du wirfst gar nicht Alter, dann werde ich gleich einen von denen kriegen Das ist Pumpfake Aber ich hab Fadeaway nicht verstanden, was heißt das, der fällt nach hinten Das heißt, du springst ein bisschen nach hinten, damit du mehr Platz zu deinem Gegenspieler hast Alter, bin ich ne Bombe Wo bin ich denn? Oh, boah Dunking-Reichweite Ich wende, ich mag die deutschen Trikots, die sehen sehr hässlich aus Ah! Ah ja stimmt, man sieht sich ja jetzt immer selber Oder? Ne Quatsch, ich hab ja auch grad Jay gesehen Weder wir sind beide, ich würd sagen, wir sind eher Center Okay Also vorne drin und schubst ein bisschen Okay, das klingt gut Komm, mach das Was muss man denn jetzt drücken? A, X, Y Keine Ahnung, das sind beide wild nicht wir Warte, 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 jetzt Hä? Alle, jetzt! What? Gepär! Da! 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 Hab ich ihn direkt drangekommen Was war das denn? Okay Peter, das war ja mega nice So, hier die Spieler decken Boom! Achso Immer 1 gegen 1 Grätsche! Ah, etwas zu früh Nein! Oh, ich hab den immer noch Wie kann ich den noch mal werfen? Wie kann man denn springen? X Wie kann man denn springen, um den Ball zu kriegen? Okay, dann machen wir Passend Kann ich einfach die ganze Zeit A drücken? Nein! Der hat den Ball klauen? Zu früh Weil er hat den gar nicht geklaut Wieso nehmt denn den Ich hab den in den Zirbeln von Peter! Jawaaain! 2 Punkte in den Viertel 4 Punkte haben wir Ja, 4 Punkte Ja, 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 aber 2 Körbe Ich weiß auch nicht, was das war Ey, das war jetzt gar nichts war das Ich muss mein Fenster wieder zu machen, das kommt gleich wieder Du hältst dich dicht zur Wilker, der Schnell das, äh, zweite Drittel Haben wir ein Drittel? Viertel Oh, wir haben ein Viertel Oh, oh Wie springe ich denn in den Wald zu teamen? Ich werde immer weggeschobt Einfach A-Spam Nice Peter hat den nicht gefangen, Alter Ja, warte mal aus Peter hat den nicht gefangen Was fand das denn? Ah, schwach Geh, Bram Mach mal Was machst du denn? Der Stil Is real Oh Gott, mein Stil Jawoll Ey, das ist so lächerlich Ihr macht die ganze Zeit die Pelle da rein, oder was? Ja, wir sind gut im Basketball Peter hat auch einfach drauf Guck mal hier, wie ich denn Ich deck auch die Leute Was denn da? Ach, ich steuer gar nicht Wer steuert denn? Ja Oh, wie er frei war Oh, der war gut Der war gut Schöner Pass Wir haben Puppen, Bram Hab ich dich gesehen Kannst du mal schneller laufen? Da ist er durch Dammit Ja Ah Ah Okay Okay, wir haben aber nicht mehr verloren 4 zu 2 zu 2 War schon krass Wer steht jetzt 4 zu 2 oder 6 zu 2? Äh, 6 zu 2, sorry Wir hatten 4 Punkte im ersten Braun 3er Punkte Ja Trotzdem Ah, ich fühl das Sorry Hihihi Geil Das hab ich nicht mal gedrückt Hä? Muss mal Hier, hier Oh, Entschuldigung Es ist zu lächer Oh! Ja! Komm! Wie wechsel ich den Spieler? Ja! Nein! Nein, Bram! Lauf! 3er! Zu früh Ne, zu spät Ich weiß echt nicht, was man da drücken muss Ey, das ist der Stil! Ey, das ist der Stil! Meine Beine zockt! Ja, Peter machst du einfach, ne? Ne, da war ich scheiße Oh! Hey! Ah! Ey, geht das? Ach komm, das gibt es doch nicht! Dann kann er auch L.E.U. Wir haben L.E.U. gemacht! Was ist das denn? Willst du mich komplett verarschen? Was ist das denn? Ich schrück mir welche Knöpfe, Alter! Irgendwie wird das nix Wir werden so zerstört Alter, wir haben ja gar nichts Das tut einfach weh Das tut einfach richtig weh Oh, Alter WAAAAT Der Buzzerbeater auch noch Boah, was ist das für ein Spiel? Ja, das geht in die Geschichte ein Wir verkacken trotzdem so ne Scheiße Das war stark, Jay Das sollten wir öfter machen Hat gerade einer von euch den geworfen Oder hat das nen NPC? Na klar! Habt ihr geworfen Okay Wir machen das Ich pass dir den zu Und du machst das einfach direkt nochmal Weil das auch immer so funktioniert Das ist ein Momentum Das ist ein Computerspiel Tokio Momentum nennt sich das Das ist ein Computerspiel Da geben wir keinen fucking Moment Einfach werfen, komm Hey, dann sag mal den FIFA-Spielern Oh, der war nicht schlecht Ah! Dammit! Come on! Gib Ball! Gib Ball! Oh, der war nice Scheiße! Perfektes Timing! Ha! Ne! Jawoll! Zu früh! Perfektes Timing! Man muss doch die Rebound holen Das ist doch wichtig Zweite Chance Punkte Jawoll! Leute! Oh! Falscher Knopf! Belastend Scheiße, wir haben nur noch 5 Sekunden Ich glaub das wird eng 5 Sekunden kannst du strecken Ich mein's Jetzt WUSCH! 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 Boah! Scheiße! Das haben wir hart versaut Jawoll, Christian! Haben wir geholt! Das war richtig nice Also Dann bin ich deprimiert jetzt Der hat mich auch deprimiert Momentum Also der Leihub war ja mal 10 von 10 Geil Ja, es geht ja auch In Wirklichkeit geht's darum Bei Olympia war es doch Erfolgreiche Dreierpunkte zu werfen Da steht's an 1 für uns Zu werfen Das heißt die Dreier waren Würf Oh mein Gott Aber Krieg was die Silbermedaillen dafür? Ach komm ey! Wie oft haben wir dieses Spiel eigentlich nicht schon gespielt? Wir sind immer noch Newcomer Wir haben zwei Silbermedaillen Und die anderen haben drei Goldmedaillen Das ist krass Das stimmt Der gibt doch gar keinen Sinn In unserem Team waren einfach mehr Leute Das ist einfach heftig Haben die nicht sechs Goldmedaillen? Alter, es geht ja richtig fix hier mit dem Switchen Ja, aber du spielst ja theoretisch auch für dich alleine Also wir sind ja nicht die ganze Zeit im Team Hammerwerfen Hammerwerfen Da war eben einer von euch richtig gut drin Beim ersten Mal war ich richtig scheiße Ich war richtig scheiße Sepp war letztes Mal richtig gut Ne, Sepp war richtig scheiße Der hat das überhaupt nicht hingekriegt Musst mir doch nochmal angucken Ich glaub Jen war richtig krass Er hat Sepp nicht Ja, Sepp war da Alter, das ist alle da Ja, ist so tagesformabhängig, ne? Boah Komm, bereit Alter, und Madar Ushakova Und Michalak Da musst du noch schreien Schreien ist wichtig Wer drückt hier nicht bereit? Ich, weil ich mir das nochmal durchlesen musste Ich, weil ich mir das nochmal durchlesen musste Ich auch nicht Scheiße, hätten wir die lesen können? Ja, die hätten wir gerade lesen können Oh Scheiße Bei Hammerwurf gibt's das nicht Erster Versuch Kacke, wie ging das denn normal? Ich muss nochmal daran anknüpfen Was ich beim ersten Mal gemacht hab Das war schon wieder nicht gut genug Jaaaaah Oh, mit Scheiße Jaaaaah Übers Feld hinaus Oh Mann Alter, Madar war richtig gut Gut, dass wir drei Versuche haben Der war richtig gut So gut war ich letztes Mal nicht annähernd Ohhhh Der hat sogar noch weiter geworfen Oh yeah Hör Peter, wir haben drei Versuche Jaja, das muss ich jetzt noch besser machen Alles gut Zweiter Versuch Der weiteste zählt Das ist aber auch nahezu perfekt Hervorragend technisch Perfekt Ach komm, deine Mutter ist toll Nein, der war nur toll Boah, ich freu mich wieder richtig Alter, alles leuchtet Die Schnellschupper fliegt auf Alter Warte Warte 109666 Na, 57 Bis der Ding aus der Hand gerutscht Hahahaha Okay, jetzt hab ich Druck Im dritten muss es sitzen Ey, so ne Scheiße Guck mal, du musst 81 Meter schlagen, Peter Wir haben im Weitstrung in Tokio Auch im letzten Versuch Gold gewonnen Bei den Damen Wer was? Mit einem 7 Meter Sprung Hat der Deutsche Gold gewonnen Ah, guck mal Kenn doch den Namen nicht mehr Oh, fuck Fuck Ah, ich hab ins Netz geworfen Hahahaha Er wird abgeschrien Ich bin so scheiße Was? Der war doch perfekt Ich hab ins Netz geworfen Der war nicht weiter Aber brauchst du ja auch nicht mehr Hatt ich gar nicht mehr nötig Ich hab einfach die Goldmedaille von Portugal geholt, oder? Ah, ich hab nichts mehr Neuer Rekord Neuer Jaysha Rekord Okay Ist das jetzt die Goldmedaille? Ja Yeah Da ist die Goldmedaille Uhu 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 Oh yeah Zählt dann nachher auch so gewonnen hat Wer die meisten Goldmedaillen hat? Äh, ja Goldmedaillen sind Du hast sogar 4? Ja Richtig so Richtig so Versteh das nicht Ich versteh komplett wie das gezählt wird Ich hab jetzt 6 Punkte, Bram 4, Christian 6 und Peter 4 Theoretisch müssen Also wir haben ja jetzt Gleichstand Weil eben hatten wir Gold und die Silber Und jetzt haben wir die Gold und wir Silber Teamspiele sind weniger wert Weit? Wir haben Gleichstand Die sind gleich viel wert, oder? Ne, du hast äh Stand doch 10 zu 10, oder nicht? Ich bin verwirrt Oh, Beachvolleyball haben wir noch nicht gespielt Hallo Wo ist Steuerung? Ja, du hast sofort nur noch 30 Sekunden für die Steuerung Gute Kamerafahrt Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir dann ziemlich zerstört wurden Jetzt Es war sehr unangenehm Hint der bei Rot zu leuchten? Achso Oh, das haben wir eben gar nicht gemacht mit den Spezialwürfen beim Basketballfeld Stimmt Ich hab auf jeden Fall auch Ich hab auf jeden Fall auch hart verkackt Ich hab hart verkackt Warte mal, du weißt nicht mehr, ob du hart verloren oder hab Ich hab sehr über mich lustig gemacht Eins von beiden wart Auch hart verkackt meine ich Ja gut, also Ach, Christian und ich sind jetzt immer im Team, oder was? Ja, ja Ja Ich spiel drei Filmpfederade auf Oh, guck an Alter, sexy, Bram Richtig sexy Das ist Vorschrift Stimmt, das durften die auch nicht ändern, ne? Ja Hauptsache die raussteigen Arsch Okay, wie geht das denn? Baggern Da Ey, war der rot, der war niemals rot Oh, oh Und Bäm Sehr gut Hier, Bram Schlag rein Oh, Bram, der war richtig nice Stark Ganz stark, Bram Ich mein, ich hab zwar nur auf dein Ass geguckt Ernsthaft nach jedem Punkt Ich hab auch echt relativ lange auf mein Ass geguckt Sexy Ich war irgendwie erstaunt davon, der wird das nicht so darstellen Der Sand bewegt sich gar nicht Hey, der ist nie rot Falscher Eifler Falscher Eifler Hast du, Bram Scheiße Das sieht nicht aus wie ein Schmetterschlag Oh nochmal, hier für dich Nee, ich wollte einen davon, aber Oh Scheiße Boah, Ding Der war Boah, der Rückenauf Scheiße, okay Der war auch kein Schmetter Der, bei Rot ist der Schmetter Vielleicht sollten wir blocken auch, Bram Einer vorne Achso Oh oh Ja Das hat er angenommen hat Für dich Zack Ich kann nicht blocken Vorne blocken hat nicht funktioniert Schmeißt mein Typ sich denn nicht hin Was ist das für ein niedriger Einsatz hier Was? Hä, Moment, ich hab doch das gedrückt Ja siehste, hab ich nämlich auch eben Achso, nee, du bist vorne Also entweder drückst du X oder B oder nicht? Meine ich Meine ich Ja Loll Schöne Bram Ja, bitte Boah Hab ins Fails, Junge Nicht, kann man denn die ganze Zeit so einen Ballerschlag machen? Keine Ahnung Warum kommt da hier so eine Wiederholung? Äh, LB und A Einfach um auf Brams erst nochmal zu gucken Ja Aber ich dachte das geht nur wenn die Leiste voll ist Ja, meine Leiste ist immer voll, Junge Das stimmt überhaupt nicht Okay, dann drück ich glaube, ich drück mal den falschen Knopf scheinbar Was ist das denn? Im Spiel steht Synchronisiere mit Gegner? Hallo? Hä? Hallo? Synchronisiere mit Gegnern? Hallo? Hallo? Also Christian ist doch da Ich auch Was ist mit Bram und Pedda? Die hör ich nicht mehr Berlin ist gerade abgeraucht Ich glaube Berlin ist wirklich abgeraucht Was ist das? Was ist das denn? Hä? Berlin ist voll oder was soll das? Wie kann das denn beide sein? Okay Nächster Versuch Wir hatten gerade kleine Internetprobleme Aber Fuck you Äh, wir haben Dammit Haben wir Ja Jetzt mach ich ja hier Da, nimm den Was? Boah schön Da guckt Christian zu, wie ich mich vor ihm am Boden gegangen Ich hatte Ich hatte X zum Blocken gedrückt Ah, okay Da Dann macht der davon nix Ja Das sah mir auch so aus Das wenn du dich hinschmeißt Du den Ball eigentlich kriegen könntest Aber perspektivisch leider falsch Oder ich war halt einfach kacke Nehmen wir Ach Nehmen wir Ja Okay, let's go Let's do that Hast du Ja, haben wir Und Paff Und Bam, Junge Nächster Bam, Bam Deine Mam Ja Alter Ja 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 Das ist echt vom Baller Mann Ey Soll ich schon wieder? Ja, ne, aber wir sind da Die haben ja immer Aufschlag Immer wenn du die Punkte hast Achso, ich muss das später drücken Oh mein Gott Gott sei Dank Komm Ah Als wenn er den gemacht hat Wie er das reingerissen hat Was ist das für eine Scheiße Als ob Da war der Block Aber Peter hat einfach Darauf vorbeigeschlagen Kann doch nicht wahr sein Ich bin doch einfach zu ungeduldig Oh shit Jawoll So, jetzt Warum schmeißt sich immer nur einer hin? Ich verstehe es nicht Damit die sich die Köpfe nicht stoßen Peter, Peter hat keinen Bock da Nee, ich will mich nicht dreckig machen Irgendwie ist das Ist das abwechselnd? Das ist so lächerlich, Mann Ich block da jedes Mal Das krank mich so ab Das scheint Timing-technisch gesehen Das war dann perfekt sein Okay, Aufschlag kann ich nicht so gut Aber ich wollte den nicht raushauen Oh Gott, nice Ja, jetzt du Gönnung Jaaaa Den hat er geblockt, Peter Finally Fuck Das ist doch nicht wahr, ey Wie du den ausgenockt hast Boom Junge Hätte ich mal ausgenockt Ja schade Mit dem Kopf einfach Ja schade Wäre das jetzt Mila Superstar gewesen Hätte ich gesagt Erstmal wieder 4 Stunden hier Training Bitter hat den Anke Was ein Glück Ja der wäre noch drin gewesen Deswegen Ich glaube der wäre auf der Linie gewesen Ich mach einfach den Punkt so Easy Snack Ender 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 Hä War vorher 10-10 oder nicht Ne Doch Doch Ja Wie steuert man das Baseball Okay Wie das funktioniert weiß ich aber Werfen Aha Ja Ja der erste Die erste Erklärung verwirrt mich schon Ich fang schon 6 Meter lang Okay Okay what the fuck Okay Okay Oh mein Gott Okay Weil zu erster, zweiter, dritter Base Das wird ja richtig nice Okay ich bin komplett überfordert Zweite, dritte Base Home Plate stehlen Was ist das denn? Zurück zu erster Du musst, wenn du zur Base läufst Was? Hast du dir doch die richtige Steuerung angeguckt? Ich habe mir nur das Tutorial angeguckt Ja und erweitert Da sind 75.000 Knöpfe Was ist denn ein Band? Okay das wird absolute Überforderung jetzt Ja Ich hoffe ich treffe den Ball dann reicht Mal gucken wer hier random Baseball 2020 gewinnt Er ist mindestens so gut wie MLB Ist ja witzigerweise immer unter den best bewerteten Spielen Äh gewesen jetzt die letzten Jahre Die Newcomerin Ein vielversprechender Spieler ist der Bram Irgendwann hat er noch nicht auf bereit gedrückt Ja ich Ich wollte mir noch den vielversprechenden Spieler angucken Ah Mhm Okay wir werfen sie erst Ich glaube ich muss jetzt erstmal gar nicht Muss ich was machen Wurf Technik auswählen Ne ich muss nichts machen Chris gegen Jay ist das Wo sehe ich denn die Atta? Äh ok Und was auch immer das ist Hä? Strike Okay Nice Das ruckelt bei mir die ganze Zeit Ja bei mir auch Kannst du Kann Jay sehen wo du hinschlägst? Hey was soll das? Strike 2 Etwas zu früh am Arsch Das ist voll schwer Das ist doch schwer Oh der Hit Jawoll Das Spiel hat geleckt Rennen Junge Das leckte mal hoch Was passiert da? Spielst du überdrückt? Da ist raus Wieso bin ich denn raus? Hä? Hast nicht mal bis zum ersten Ding geschafft Der war so schlecht geschlagen Ich hab den immer getroffen Du Arsch Ich glaub der erste der pumpen wird Wird gewinnen Wir machen das jetzt Geht das Spiel eigentlich so lange bis man punktet Weil ich mein du musst ja einmal hochrennen oder? Keine Ahnung Ok jetzt muss ich was bestimmen Erst die Wurf Technik auswählen Bei mir steht Ach ne Peter mal Und jetzt musst du da wo du hin wirfst Oh der war Strike Perfektes Timing bei uns Strike Ja aber ich hätte den nicht Ich hätte gar nicht schlagen dürfen Weil er daneben geworfen hat Wie der hat daneben geworfen? Hä? Wieder daneben geworfen Oh der war nice Oh Peter hat neben das Feld geworfen Ja aber das Feld ist das wo du schlägst Nee der ist Der wär nicht raus gewesen Doch ich hatte perfektes Timing Ja aber das war ein Curveball Aber ruf der nicht Hä? Was ist jetzt passiert? Oh Gott Der Drucker Also Der Drucker ohne Ende Sobald der Ball getroffen wurde Ist hier ripp Aber ab dann passiert auch alles automatisch glaube ich Du musst nur das schwarze Feld mit dem Wurf treffen Genau Aber Peter hatte gerade das außerhalb getroffen Ach das ist doch zu kotzen Zwei Ja das ist halt der Curveball Bram Der geht halt niedriger als Genau Aber dann musst du gar nicht schlagen Doch Ja theoretisch nicht Ist ja ein Strike gewesen Nee du musst den dann durchlassen Ja dann ist ja trotzdem Strike Peraira kein gar nix Junge Ach nee eben nicht Weil du musst ja auf das Feld werfen Wie perfekt das Timing Der Ball muss treffbar sein Leute kommt nie jetzt Was ist jetzt los? Was hab ich jetzt gemacht? Wat 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 wat? Du bist raus! Ich check das gar nicht Tja ok Ich weiß nicht mal die Regeln Die haben Penisleider mit aufgemacht Jetzt schlägt ihr den Ricopala zu meine Freunde Ich seh einfach nur Standfeldkarte Ich hab auch nix Wer ist denn jetzt dran? Wat passiert da eigentlich? Weiß ich nicht Bei mir Verbindungsfehler Match verloren Oh boah Bram Ciao Bram Leute jetzt übernimmt ein NPC Das wäre aber ganz schlecht Weiß ich nicht Jetzt schwerf ich und Jay ist Ja easy Alles ok Gar kein Problem Was machen wir denn jetzt? Vielleicht können wir Können wir Bram nochmal einladen? Wahrscheinlich nicht oder? Was weiß ich Ich mein die Ich glaub erst zur nächsten Disziplin wa? Ja machen wir den jetzt durch Ich mach den doch allein euch fertig Wat? Als ob der noch drin war? Ja klar Der hat dir voll nach außen geschossen Der hat dir voll nach außen geschossen Wait hast du gerade geworfen? Nee du wirf's Achso Ich dachte grad schon weiter so Ja toll Fack mal die Ball Junge Die sind so kacke Aus Ich bin so schlecht in dem Spiel Aber warte mal Da war doch einer an der ersten Base Wir hätten die zur Zeit nicht mal Ok 0 0 0 0 Keiner hat das geschafft bisher Ja gut Ihr konntet ja auch noch keine Punkte machen Das ist richtig Das stimmt Aber ist doch erst das erste Inning gewesen Ich glaub so heißt das Was für ein Ding? Inning? Ja da stand 1 2 3 Ok wie geht denn das? Newcomer Auf geht's Newcomer So Enrico Palazzo schlägt jetzt Enrico Palazzo Wie geht das mit dem Schlagen nochmal? Ruckelt jetzt doch gar nicht mehr so viel Schläger, Cursor, Schwingen Du musst das irgendwie Das fällt dahin wo er schwirft Irgendwie Das ist Bescheuert Oh Ah jetzt sehe ich das Was musst du drücken zum Schlagen? Ah Aber du musst halt warten bis der Ball da ist Logischerweise Ah ja ok Idiot WOOOOO Was? Wie faul? Nein! Der ist da links über die weiße Linie Als wenn ich jetzt den Ball getroffen habe Da war ein Faul Alter Absolut Ah der ist ja wohl weg Ich check gar nichts Ball Jawoll Also Strike ist wenn ich das falsch mache Und Ball wenn du das falsch machst Ok Hat das denn Auto Verteidigung? Ja Ball HA! Der ist reingeflogen wieder Verarscht hatte ich nicht Ok das Out stand bei mir erst Da war der Spieler schon weg Wie frech Ok Das hatte ich auch einmal gehabt Ich baller jetzt So Kante aus den Niederlanden ist da Wir müssen nur ein Blut machen Einmal jetzt Jetzt ziehe ich Peter auf die Eier Sehe ich das eigentlich richtig Dass wir nur einmal schlagen Und die anderen zweimal? Oh ich hab viel zu früh Jetzt Oh! Leute Als er zweimal geschlagen hat Lass mich verarschen Ja Out Scheiße Der zweite Schlag war da leider nicht mehr so gut Geht nicht Entschuldigung Entschuldigung Ich durfte nur einmal schlagen Achso weil ich jetzt gerannt bin auch Fuck Ja 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 Alter Das ruckelt einfach alles Das kürzt doch nicht Ach komm Oh der war richtig gut Der bummst jetzt voll Ja richtig gut Die läuft aber immer noch nicht Lauf doch Halt Sehr schlecht Sehr schlecht Sehr schlecht Guter Single Guter Single Wie kriegt man denn mal ein Hochmann oder so? Mach doch mal was Wieso darf Chris denn die ganze Zeit schlagen? Ich hab keine Ahnung Du bist doch dran Peter Du schlägst Hä? Da steht Husan Chris steht unten links Husan Chris 03 ist der Schlagmann Ja war ich aber nicht Ok sorry Alter Was ist eigentlich der Zwei-Sama oder der Vier-Sama? Das heißt die haben wie eine Sextechnik aber nicht wie ein Schlag Wuuu Aber der Zwei-Sama suckt Sehr gut Nein Sehr gut Hä? Aber aber Wait 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 Aber muss der nicht auch zur zweiten Base Der der von der ersten zur zweiten Base läuft ist dann auch direkt raus? Ja ich glaub schon Sonst hätte er nicht laufen dürfen Er hätte sich dagegen schalten müssen zu laufen Alter Deswegen muss man noch den Ball zur zweiten Base werfen oder nicht? Ja das war also nicht Ich versteh dieses Sport da einfach nicht Wir werden niemals einen Punkt Wir gehen einfach 0 0 0 0 0 0 raus Moment das war jetzt Ja das war das erste Ein Drittel? Ja Ach du Scheiße Ok pass auf Wer ist hier? Achso ich bin das Ne Peter ist hier Ne ich bin nicht Ja ich würd sagen wenn das halt so ewig geht machen wir Halt nur das jetzt als großes Finale Ok Oder? Achso nach Baseball dann Schluss Du kannst ja die Riede eine halbe Stunde gehen Ja stimmt MAAANN Was heißt jetzt gehts um alles? 100 kmh war das Ich muss jetzt Bram zum Sieg führen Das heißt Oh Gott Ich dachte ich kann ja auch den 2 Samer mitmachen Was machst du denn da? Ui Der ist gut Homerun Ich glaub der ist wirklich gut Der ist kein Homerun Das ist kein Homerun Ah easy Er bleibt an der ersten Base stehen Da braucht man nicht mehr werfen Oh Christian du bist on fire Ja Was passiert jetzt? Oh Junge Was passiert jetzt? Ich hab überhaupt nichts gemacht Unglaublicher Wurf Bist du sicher dass ich das war? Nicht hundertprozentig Ich hatte gar keine Schnitte Hahahaha Vor allen Dingen ist das voll dumm Weil wir sind doch eh nicht so gut im Was ist das denn? Was tut er? Was tut er? Hahahaha Ich check gar nichts was hier bei mir passiert Ey Peter gerade jetzt habe ich geworfen Okay Ich mach gar nichts hier gerade Ich leuchte immer Ich kann aber nicht mehr zielen Hä? Sehr gut der ist raus Der ist auch raus Schwach So jetzt werfe ich Okay verstehe ich Jetzt ist Peter hier drin I don't get it Oh change up Aber er hat geschlagen Alles gut Ja sehr gut Es ist ja 0 und 1 Ich weiß gar nicht was ein change up ist Schack doch Peter was machst du jetzt? Autoverzeidigung RB1 Wat? Alter Ne getroffen? Ah ne Ne Hahahaha Ey Ich krieg hier gar nichts geschissen Das ruckelt wie Hulle man Das ist schlimmer als bei den Man Hahahaha Das ist doch scheiße Du kannst einfach nicht einschätzen Wann der Ball da ist Ich will auch mal wieder schlagen Scheiß auf werfen ey Andrade Ja aber das ist doch jetzt Das ist doch kacke Oh Ey Perfektes Timing du Wichser Dann triff doch auch Was soll das denn? Ey ohne Scheiß Gleich kommt wieder die Frage Warum der Controller kaputt geht Oh Oh Toller Ruhr Das macht keinen Spaß Baseball Ohne Scheiß Jetzt sind wir dran Oh man Wenn das ganze jetzt 0-0 ausgeht Dann haben Christian und ich gewonnen Oder? Dann ist unentschieden Ich weiß nicht ob das Spiel Haben wir nicht Volleyball gewonnen? Wir haben Volleyball gewonnen Wir haben Volleyball gewonnen Aber Nervt dich Doch Ist das denn beim Baseball nicht so dass es dann solange die Verlängerung geht bis es halt einen Punkt gibt oder so? Um Gottes Willen bitte nicht Wer ist das jetzt? Das bin ich Okay Das wird auf Ewigkeiten dauern Etwas zu früh Ja komisch Aber konntest du den überhaupt treffen? Ja das Manchmal ist das ja Der zählt trotzdem Obwohl der außerhalb So gerade außerhalb vom Feld ist Das hab ich nicht verstanden Siehste? Ja aber weil er reinkommt dann Also in dem Fall ist er ja wieder reingekommen Ah das meinst du Okay Ja aber Okay jetzt Ah fast Ja Aber zu früh Auuuch Boah ich darf was machen Nice Okay Peter in die Zuschauerränge Aber nicht hinter uns Ach fuck zu früh Ja siehste Ich bin Peter kannst du ja fünfmal doch schlagen Ja ich war aufgeregt Okay Er hat ein Ball getroffen Oh ja Baby Und ich renne jetzt auch Renn, 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 renn Jawohl Foul Lübholland Ist nicht faul Ja Nice wir haben jemanden auf dem zweiten Feld Junge Das ist schlecht Der hat eben auch Und dann sind die beide raus gewesen Okay Peter Okay wie Was muss ich denn jetzt machen Einfach den Ball treffen Ja das wird schwierig glaube ich Ja das wird schwierig glaube ich Ja das wird schwierig glaube ich Boah Alter der wird zurück Was Ah okay War doch alles gut Schade ich hab Okay Ja aber dem Sound nach Weißt du man sieht ja kein Bild Aber dem Sound nach hab ich gedacht Okay Der war nicht so gut Und hoffentlich rennen die Leute nicht Ey man Ruckel nicht Jetzt zurück Ich höre es überhaupt nicht Au Du die Rotten sind alle gelockt Ne Zweite Base ist drin Ne der rennt weg Oder Alter Out Ihr seid alle out Alle sind raus gewesen Das kann nicht wahr sein Du musst zu irgendeiner Base werfen Und alle sind raus Alle Alle Ja Aber warum sollte man denn dann den Ball überhaupt zu unterschiedlichen Bases hin und her werfen So jetzt kommt Komm jetzt mach mal ein Hose Home Run Bist du nicht auch raus wenn der Schlag direkt gefangen wird Keine Ahnung Home Run Okay Jetzt muss ich wieder Ah ne Peter wirft Okay Werfen ist das dann langweilig Scheiße verfickte Ficken War auch viel zu früh Jonathan Steht jetzt ein Home Run rein Warte nur noch eins Mann 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 Das war auch viel zu früh Ich hab ihm noch keine Tipps Nur noch zwei Ich mach den fertig Nur noch zwei Ich mach den fertig Ist so schlecht Outgest Outgestrikt hab ich ihn Oh Bram jetzt spiel ich dich Jetzt mach jetzt Jetzt zeig mal Bram was du kannst Oh jetzt kommt der deutsche Wämser Ich bin dran Ich bin dran Ich bin dran Ich bin dran Ganz normal Ja dann kann man auch treffen Wie mal laufen Da brauchst du nicht Ich bin dran Guter Single Das hat auch noch einen guten Single Jetzt muss ich den aber erstmal hier wieder Out Eeeh 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 Dammit OH SHIT HOMERUN HOMERUN Der geht auch weg Das ist kein HOMERUN Da fangen die ihn direkt Fangen die ihn direkt Ja nice JA ALLE OUT Oder ist der eine stehengeblieben Ich achte Batchball Das ist bescheuert Ich glaube einer ist noch drin ehrlicherweise Man sieht das links in der Kamera meine ich Ja Sama Echt? 1 zu 0 Irgendjemand wartet da links Und will loslaufen Das sieht aus wie Bram Ja Bram macht das jetzt auch Man macht jetzt den Punkt Ich muss jetzt so treffen 1 zu 1 Ah lol du kannst nicht zweimal hintereinander Den gleichen Wurf machen Das fällt mir aber jetzt also auf Oh das wusste ich auch nicht Das habe ich schon von alleine aus gemacht Scheiße Die sind jetzt ausgegraut gewesen 1 zu 2 Jetzt bist du schon wieder so on fire Junge Joooooo den Spezialball weggebumst Home run Ja man Ja okay Der hat jetzt jemanden Bram steht auf dem zweiten Feld Der muss nur noch einmal Nee nee der muss noch Zweilaufen Jetzt Yärz purchases Chanks auf den ersten Punkt Come on Hä Musst du nicht bis zu Also ich weiß auch nicht, vielleicht muss man auch bis zur Base laufen, das kann ich dir nicht sagen. Aber da stand Chance auf den ersten Punkt so, hä? Nein! Da war er locker durch das Feld durch. Watt! Das schlag ich gar nicht! Das schlag ich gar nicht! Das schlag ich gar nicht! 1 zu 1! Nein! Komm! Fang den direkt! Fang den direkt! Lass ihn auf! 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 Lass ihn direkt! Out! Du hast Brand, der Brand festgehalten! Dann hab ich gesehen, der hat den Beinchen gestellt! Das ist so faul! Der hat den Ball wirklich zur Base geworfen, für mich sah das so aus, als hätte... Hat er nicht! Der hat einfach gar nichts gemacht! Ja! Das sah so aus, als hätte der den Ball einfach mit dem... also den Spieler mit dem Ball berührt. Das zählt dann auch? Baseball ist der schlechteste Sport, den es gibt. Was? Also Christian, wir können festhalten, wir haben eh gewonnen. Aber wenn wir jetzt noch quasi hier einen Punkt machen können... Achso, weil wir nur noch Punkte machen können, ne? Ja, genau! Ich weiß, was du meinst! Ach, es ist wieder viel zu früh! Aber Strike ist besser als so ein Lulibald! Ja, das stimmt allerdings! Okay! Oh, das war der Luliball! Da haben wir den Luliball! Und... Du bist raus! Ach, das war aber ein Millimeter! Das ist alles so regular! Weißt du, da trifft man mal den Ball und dann ist er trotzdem nur so drei Meter! Da kann ich weiter werfen, als er geschlagen hat! Ja, Peter, du machst das jetzt aber! Äh, 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 äh! Ich kann dich nicht steuern, glaube ich! Oh, ich bin das! Äh, äh! Was? Äh! Als wenn der nochmal reingekommen ist! Habe ich einen, äh, Slider gemacht! Das war ja gefährlich! Ach, stimmt! Der Slider ist bei dir jetzt auch ausgegraut! Habe ich einen Change-Up gemacht! Habe ich euch richtig gefobbt! Etwas zu früh! Deinen Superschlag, den hab ich auch nicht kapiert! Du musst den schon vorher hinsetzen! Ja, du musst den Superschlag festsetzen, wo... Du kannst, wenn du einmal LB gedrückt hast, das Feld nicht mehr wechseln! Richtig! Oh! Das heißt, du musst den wirklich... Dann hab ich, glaube ich, auch mittlerweile kapiert! Wenn der Werfer feststeht, dann erst den Superschlag und dann warten... Woher weiß ich denn, ob mein Superschlag fertig ist? Keine Ahnung, ich hab einfach LB gedrückt! Oh, scheiße! Oh, der war gar nicht schlecht, oder? Ja, weiß ich nicht! Ja, reicht zur ersten Base! Hat gereicht? Ja! Hat tatsächlich... Aber war aber knapp! Aber die wollte den auch schon wieder weiter werfen! Warum? Dann bist schon wieder du! Ich darf hier nur einen spielen und Christian spielt alle anderen! Ich verstehe das auch nicht! Ach, komm! Ich bin doch einfach... Das kann ich! Ey, nach dem Spiel bin ich fertig heute! Was macht ihr denn da? Ey, ich muss doch überlegen, welchen Schlag ich lege! Ob ich den Samer nehme, oder den Sinker, oder den Drei-Samer? Den Drei-Samer gibt es nicht! Was?! Das war zu früh! War doch ganz klar! Oh, Mann, ey! Ja, macht ja nichts, wir haben trotzdem gewonnen! Mensch! Das war ja... Ist das jetzt wirklich vorbei? Ich habe jetzt alle die Goldbeinein gewonnen! Ey, ja! Fünf Hits haben wir! Wir haben gewonnen! Jetzt weiß ich nicht, was jetzt passiert! Guck mal mal! Vielleicht gibt's noch Verlängerungen! Nein! Jawoll! Verlängerung! Da hat einer Guck gemacht! Okay! Das ist das Schlimmste ever! Was war das denn? Na, zwei Samer! Ja, aber wieso hat denn der Ball gerade so einen Fium gekriegt? Wieso stand jemand an der Base? Oh, das wird kein Sinker! Ich dachte, du machst einen Sinker! Weil du Sack! Das ist kein Sinker! Da geht wahrscheinlich nach unten! Stimmt, da steht schon einer! Oh, du Sack! Ich dachte, du machst einen Slider! Ja! Ist die auf der Second Base? Ja, ich glaube, du musst einfach nur treffen! Weil das Spiel schon weiß! Das ist so ein Trauerspiel! Hoio! 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 Foul! Ob wir dann da werfen oder was? Nein, das bin ich nicht! Das bist immer noch du! Ich darf gar nichts mehr machen, glaube ich! Was? Toller Wurf! Toller Wurf! Reicht teurer Scheiße! Jetzt darf ich was machen! Ja, leck mich da am Arsch, ey! Boah, das ist doch alles anstrengend hier! Mann! Das ist schon lustig, wenn du die Leute verarschen kannst! Oh, das ist doch doch gar nichts! So langsam habe ich die Würfe auch verstanden! Wobei, den verstehe ich nicht so ganz ehrlich gesagt! Ah, ja, ok! Mann, 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 Mann! Diese Schöne Steuerung! Ich zerbreche diesen Controller irgendwann! Oh, Mann, Mann! He, he, he! Ah, Gott sei! Aber wenn jetzt der Dritte schlägt, wieso stand da schon einer? Ja, ich glaube, weil wir halt in Verlängerung sind, stehen überall halt einfach irgendwie schon Leute! Keine Ahnung! Jay darf nur nicht treffen! Ach, du warte mal! Ich bin ja dran! Ja, du musst wieder werfen! Boah, du bist so'n Arsch! Entschuldigung, ich hab den Controller schon auf dem Tisch liegen gehabt und musste den erst wieder in die Hand nehmen Der hat einfach nur die Mitte gemacht, was war denn daran arschig? Ja, der macht automatisch den normalen Luff Ja, weil ich noch gedacht hab, er verarscht mich Ja, come on, ey Ich hab keine Lust mehr, ich hab echt keine Lust mehr Ja, na klar Natürlich, diagonal nach unten rechts schlägt er den, oder was? So, erste Verlängerung Ah, guck mal, null Punkte, das ist ja irre Ich hab den nicht mal getroffen Du hast reingetroffen, aber war leider ein Foul Ja, genau So, jetzt aber Wer ist das jetzt? Ist das jetzt Peter? Ja, bin ich Das ist Peter, alles klar Denk dran, nicht zu früh Ist faul, glaube ich Oder? Ne, der ist auf der Linie, oder? FAUL Fuck Boah, dann trifft man mal den Ball und dann geht er sonst wohin Das ist doch bescheuert Peter ist es wieder, du, ne? Ja Ja, Lamenten Süd Scheiße, ich hab aber geschlagen Da hab ich dich ganz schön ausgetrickst, ne? Dammit! Der Stinker Ach ja, ey, komm schon Was? Das war zu früh? Das war ein zweiser, aber hab da das nicht gesehen Nein! Ach komm Platz früh Platz früh 0 und 2 Nein! Das kann nicht so früh sein Hehehehe Wer ist das schlimmste Spiel aller Zeiten? Okay Das ist so schrecklich Das ist so schrecklich Dammit! Was? Na ja! Jetzt hab ich euer Auge gebrochen Ne, aber aus meiner Sicht hat Peter eigentlich ganz gut geschlagen Das kann nicht wahr sein Der war zu... Der war zu früh? Da hätte ich jetzt gesagt, der war zu spät Ne, du hast zu früh geschlagen So rum, oh mein Gott Ja! Scheiße, er hat getroffen! Da war endlich mal ein Treffer bei Nein! Was machen die? Okay, du musst jetzt einen Mal noch treffen Du bist dran Krampfeifer Nein! Der hatte das richtige Fach Das war so knapp Das war so knapp Das war so... zu früh geschlagen Der Spezialball Der Spezialball Ruckel, ruckel Damit du noch weniger Schnitte hast Bam! Alter, komm Nein! Das war der 4-Sama-Feder-Schmecksten schon Hä? 0-0! Ah, ist er Ich bin gar nicht dran Wir müssen da drücken Hallo! Ich bin fertig! Ich hab gerade gefacepiled Ich bin auch fertig Ich bin auch fertig Zweite Verlängerung Wuuu! Okay Das ist aber übrigens bestimmt nicht hier so Golden Goal oder so Doch, ersten Punkt Alles klar Das ist halt... Das ist Peter Oder? Ja Ja Du Wichser Ja Wie kann ich denn meinen Spezialschlag machen? Leck mich doch am Arsch Wieso denn schlagen? Du sollst werfen Ah ja, meine ich ja Oh Leute, ich werfe ja LB Du Arschloch! Was war denn daran jetzt Arschloch? Ja Der hat einfach gerade geworfen Ich hab einfach gerade geworfen Ich dacht, du machst einen Splitter oder so ne Scheiße Splitter? Du Trigger-Sinn, nicht mal mehr. Ich weiß, er geht's mit Baustertaster zu spielen. Hör auf. Ich seh das nicht mehr ein. Meinst du, die Eingabe von A dauert länger als von der Maus? Keine Ahnung. Der Trigger ist einfach absolute Kotze. Trigger? Achso, dann die Ecken auszuwählen. Ja. Achso, das meinst du. No, du Wichser! Du warst sogar in der richtigen Ecke am Anfang. Hast du das jetzt ausgewählt oder hat der das automatisch gemacht? Nee, du musst einfach nur LB drücken. Okay. Ich sterbe ja gerade. Ich die inside gerade einfach nicht mehr. Ja, das Schlagen ist so belastend einfach nur. Und dann gibt das Spiel dir nochmal richtig einen mit, wenn du dann triffst aber einen Foul machst. Mann, jetzt mach doch einmal ein Home Run. Ich geh aber gleich. Ich mach einfach gleich. Ich zieh da einfach meinen Schaden vom Internet. Peter hat einfach gerade geworfen. Oh! Nein. Das will ich hier nochmal verarschen. Ja, out! Ach, das ist doch zum Kotzen, weißt du. Du kannst halt gar nichts machen, weißt du. Wenn du mal triffst, ne? Dann bist du einmal so glücklich und triffst und dann sind wir alle raus. Okay, dann ist jetzt... Ich würde sagen, das ist jetzt unsere letzte Chance. Wenn wir dann auch immer noch Punkte haben, dann ist halt unentschieden. Dann ist halt so. Whatever. Ich spiele nie wieder Baseball. Nie, nie, nie wieder. Nee, das macht echt keinen Sinn. Peter darf schlagen? Peter darf schlagen? Ja, Mann. Ich darf schlagen. Das ist unfassbar. Du bist doch der, der am meisten getroffen hat von uns, glaube ich. Scheiße, und ich habe geschlagen. Schade, der wäre ja... Wie die Zuschauer auch die ganze Zeit am Abgehen sind, weil es eine 0-0-0-0-0-0. Oh, du Arsch! Ich bin der Arsch! Du drückst außerhalb des Dings! Ja, ich dachte, ich kann dich damit tricksen. Bei dreimal Ball dürfen die eine Base laufen, oder? Ah, fuck, zu früh. Man freut sich dann immer so, dass man das... Peter, du musst davon die 2 FPS einberechnen. Ja, ja. Deswegen drücke ich auch immer so früh. Was?! Ja, Slider. Peter, ein Slider. Solid Slider war das. Solid Slider. Auf geht... Nochmal ein Solid Slider. Wo muss man denn dann... Also, das verstehe ich alles nicht. Da muss er einen rechts daneben schlagen, ja. Einen nach links. Einen nach links. Oder einen nach rechts, aus eurer Sicht. Aber man sieht doch gar nicht, was er auswählt. Ja, logischerweise. Nee. Achso, wow! Ja, aber woher soll man denn dann wissen, was das ist? Perfektes Timing?! Das ist ja das Schlimme, Alter! Perfektes Timing, nein! So ein Penner. So ein Penner. So ein Penner. Ja, das ist einfach dein Spiel. Also, die Ruckelei dabei. Den kannst du einfach keinem geben. Das ist einfach... Das fühlt sich an wie eine Bestrafung. Dieses Spiel. Das fühlt sich einfach an wie eine absolute Bestrafung. Ich bin jetzt wieder dran. Ja, ja. Ich darf nur einmal einmal. Ich darf nur einmal. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Ich weiß auch nicht, warum... Ja, weil wir halt drei Schläge haben. Haben wir drei Schläge? Okay, ja gut dann. Oh! Fuck! War das ein Foul? Wo ist der... Nee, der ist drin! Der ist drin! Oder einen hätte doch noch rennen können. Oh, ich darf schlagen. So, die Niederlande. Eintreffer zum Sieg. Der Gürtel hält auch alles. Scheiße, den Schlag machen wir jetzt. Du bist... Mann! Man kann die nicht mal verarschen. 1 zu 0. Nein! Der ist faul, oder? Nee. Nee, das ist kein Foul. Wir... Haben wir einen Punkt geholt? Wir haben... Wir haben... Wir haben einen Punkt geholt! Wir haben einen Punkt geholt! Wir haben einen Punkt geholt! Spiel vorbei, wir haben einen Punkt geholt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, MVP die Niederlande mal wieder. Danke! Danke! Holy shit! Danke! Die Niederlande erlöst die Welt! Von dieser Sportart! Ja! Das war ähm... Olympische Spiele! Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt! Das war eine... Tut mir leid, Bram, dass ich äh... Verloren habe! Oh mein Gott! Das war eine Aufnahmesession mit Auf und Abs, aber vor allen Dingen Abs! Äh... ja! Downs! Downs! Wie auch immer! Nur Downs! Wir danken vielmals fürs Zuschauen! Bis dahin! Haut rein! Tschüss! Ciao!